Hey Leute, was geht ab? Euer Pax United ist am Start und willkommen zu einem weiteren Unboxing. Nämlich heute habe ich wieder mal 5 Booster der WM 2014 für euch am Start. Und ich würde mal sagen, nicht lange schnacken, machen wir das erste Booster auf. Mal schauen, ob wir genauso viel Glück haben wie Sonntag im Booster Battle. Wer das Booster Battle noch nicht gesehen hat, geht einfach mal auf meinen Kanal oder auf Top Trading Cards Kanal oder auf Ben Masterfuls Kanal. Wir machen ja das Projekt zu dritt. Auf jeden Fall haben wir hier eine Powerkarte im ersten Booster drin. Ich würde mal sagen, die zeigen wir einfach mal zuerst. Da haben wir Hugo Campagnaro aus Argentinien als Defensive Walk. Nicht schlecht auf jeden Fall. Hector Moreno, Mexiko, Claudio Marchisio, Italien. Dann Andranik Temurarian aus Iran. Dann Dani Alves, der brasilianische Rechtsverteidiger vom FC Barcelona. Und dann noch Daniel Sturridge, der Engländer aus Liverpool. Geht genau so. Machen wir weiter. Liverpool hat ja dieses Jahr auch ein bisschen eingekauft. Roberto Firmino, wen haben sie noch gekauft? Da war irgendein Kracher noch bei, glaube ich. Oder? Hier Origi noch im Sturm, der Belgier. Dann haben wir hier einmal im zweiten Pack eine zweite Powerkarte. Gold Stopper, Gianluigi, Buffon, Gigi Buffon aus Italien. Zack, packen wir mal hier rüber. Und das da die ganze Zeit noch zu sehen ist. Claudio Marchisio zum zweiten Mal. Bruno Martins Indy. Dani Alves schon wieder. Daniel Stavich ebenfalls. Und Joe Hart. Genau. Machen wir weiter mit dem dritten Booster. Da haben wir in Didi Drogba, Chicharito und Valencia vorne drauf. Gucken, ob wir noch irgendeinen Kracher ziehen. Mir fehlen da definitiv noch ein paar Topmaster, Double Trouble Karten und so weiter. Und natürlich noch ganz viele Logos. Und hier haben wir ein Logo drin. Nämlich aus der Schweiz haben wir ein Logo drin. Und dann haben wir noch Cristiano Ronaldo als Star Player. Das Pack war nochmal richtig geil. So, schön hier oben hinpacken, dass alle Power Karten zu sehen sind. Ein Base Card, Nani, der 5-Sterne-Skiller in FIFA. Dann noch Samir Nasri, Julio Cesar und zu guter Letzt Danny Welbeck. Vorletztes Booster. Schauen, was wir da so drin haben. Wieder definitiv eine Power Karte. Die zeige ich euch zuerst. Da haben wir Sergej Ignacevic von Russland Defensive Walk. Dann Alexandros Ziolis Griechenland. Diego Lugano Uruguay Matsumels Deutschland. Romelu Lukaku Belgien. Und dann noch Vincent Kompany, der belgische Innenverteidiger aus der Barclays Premier League. Sein aktueller Verein ist ja Manchester City. Genau, machen wir weiter mit dem letzten Booster. In jedem Päckchen hatten wir bis jetzt eine Power Karte drin, aber nicht so eine richtige Kracher Power Karte wie ein Topmaster Double Double oder es gibt sie noch. Game Changer. Definitiv nicht, aber wir haben in jedem Päckchen eine Power Karte drin gehabt. Thiago Silva hier die nächste Defensive Walk. So. Und dann noch 5 Base Karten wieder. Ivan Perisic aus Kroatien. Diego Benaglio aus der Schweiz. Dann Jetsu Kamerun, Phil Jackyelka und Phil Jackyelka. Okay. Zweimal die gleiche Base Karte. Fail, 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 aber macht ja nichts. Die Base Karten habe ich eh voll, also juckt mich das eigentlich gar nicht. Auf jeden Fall, ja, haben wir hier Thiago Silva, Schweiz Logo, Ronaldo, Buffon, Goalstopper, Kampak Naro, Defensive Walk und Ignat Cevic. Defensive Walk und das war es wieder mit dem kleinen Unboxing hier. Wenn ihr nächstes Mal 10 Booster oder 15 Booster oder 20 Booster wollt, schreibt es mal in die Kommentare. Ich bedanke mich dann auf jeden Fall fürs Zuschauen. Haut rein, euer Pex und Leute, das ist raus, Tschüssikowski und ciao.